Hey, ich bin's, das Kältchen. Und das ist der Deutschhof. Er geht auf die 1225 gegründete Kommende des Deutschen Ordens zurück. Beim Luftangriff 1944 wurde er zerstört, aber von 1948 bis 1951 wieder aufgebaut. Das Deutschordensmünster St. Peter und Paul mit seiner Turmkapelle ist das älteste noch erhaltene Gebäude Heilbrons. Der Deutschhof ist eine Oase der Stille mitten in der Stadt und ein Kulturzentrum mit den städtischen Museen, dem Stadtarchiv und der Volkshochschule. In der Sittweinbar kannst du einen grandiosen Abend verbringen und über 100 Weine selbst zapfen.